Servus und habe die Ehre vom Gearskopf. Wir haben heute am 25. Januar 2020. Es hat leicht Schnee, minus 4 Grad, aber das Geile ist, der Bikepark ist offen. Ich werde mir heute einmal die zwei Strecken, die offen sind, anschauen. Das ist der Flow Country und der Freeride und ja, schauen wir einfach einmal, wie es läuft und ich wünsche euch voll Spaß. Wir sehen uns auf der Strecke. Bis zum nächsten Mal. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020